Achtung, so setze ich noch her. Gute und Gudine. Richtig, wir sind's Gerten, Henni Badesalz. Richtig, und mir habe gehört, es gibt ein Jubiläum. 20 Jahre Newcomer-TV. Ganz ehrlich, ohne Newcomer-TV. Da werden die 20 Jahre für uns, ich weiß gar nicht, vorbeigehuscht. So, ohne was? Ohne Inhalt? Wenn das Jubiläum jetzt gar nicht wäre. Dann wüsste man gar nicht, dass 20 Jahre vorbeigeht. Aber hier, ohne Newcomer wären wir nie in die Charts gekommen. Wo waren wir auf Platz? Wo waren wir? Okay, auf jeden Fall nie. Hinter dem Phil Collins. Wir waren doch eh nie in den Charts. Ja, aber hinter dem Phil Collins waren wir trotzdem. Also, Newcomer-TV, auf die nächsten 20 Jahre. Ja, genau, das macht ihr gut. Bleibt locker. Und wie gesagt, so eine Geste, guck mal hier. Die ist sehr gut. Cool. Könnt ihr was lernen noch von uns? So nach vorne, die Hand nach vorne schmeißen. Die Hand nach vorne schmeißen. Nach vorne schmeißen. So, das ist eine ganz wichtige Geste. Logge. Am besten macht ihr alle mal zusammen jetzt. Hier bleibt locker. Okay. Alles klar. Alles Gute. 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 Gute. Alles Gute.